hallo freunde hallo reisefreunde ja nachdem ich bereits dieses jahr schon ein paar mal mit msc cruises unterwegs war habe ich gedacht es kommt kein schnäppchen mehr rein aber wir haben wieder eins gefunden und da kann ich wieder nicht nein sagen also ich habe mir gedacht ich verlängere jetzt meinen sommer etwas mit dieser kreuzfahrt die ihr gerade hier auf dem bildschirm seht und zwar mir ist das sowieso ich habe sowieso ein deutschland ticket die kreuzfahrt geht ab hamburg über portugal cadiz spanien alicante palma de mallorca von marseille nach genua also vom 12 september elf nächte ihr seht den preis eingeblendet im preis in der doppelkabine der grundpreis ist 467 euro ich habe jetzt seit meiner letzten kreuzfahrt wieder vier monate meine bescheiden rente sparen können so dass ich mir das jetzt leisten kann und vielleicht gibt es irgendjemand den lust hat mich zu begleiten natürlich nicht in derselben kabine die einzelkabine hat ein bisschen zuschlag und nicht in derselben kabine aber wir haben noch ein paar einzelkabinen oder was auch immer und dann soll es sich einfach bei mir melden also meine mein qr-code ist da ja unten unten ein eingeblendet da gibt es alles was zu mir am laufen ist also das ist meine link bio ja so jetzt ich habe es bereits gebucht weil man weiß bei mir nie wie lange das noch geht und das ist so super weil das ist so kurzfristig dass es genau noch eine woche ist und da kann ich noch planen alles was darüber raus geht wäre so ein bisschen enorm so das ist die buchung elf nächte nordeuropa nennt sich das aber von hamburg geht es nach genua und da haben wir erstmal auf see auf see bis zum 14 auf see dann lissabon kadis dann was habe ich hier noch auf see und dann alicante mallorca auf see marseille und dann genua am 23 september es gibt ein paar anschlüsse und kreuzfahrten die man da noch machen kann so wie gesagt wer da lust hat vielleicht noch nicht zu begleiten der sollte sich bei mir melden geht auch auf dem handy ich sag mal meine nummer ganz schnell durch 015 73 021 5501 so ich habe jetzt noch ganz kurz eine beschreibung vom schiff und das könnt ihr euch jetzt noch einziehen willkommen auf der msc fantasia sie erwartet sie mit elegantem komfort zu vorkommendem service und innovativer technologie zu einer kreuzfahrt in wunderschöne urlaubsregionen das mehrstöckige atrium ist zentrum des lebens an bord alle kabinen und suiten sind elegant und behaglich eingerichtet genießen sie das luxuriöse sonnendeck die msc fantasia verwöhnt sie mit gastronomischer spitzenklasse erleben sie im msc aurea spa die wohltuende wirkung von wellness und halten sie sich fit im sportcenter im hohen atrium führen alle wege zusammen verabreden sie sich zum tanzen in der diskothek staunen sie im 4d kino und probieren den formel 1 simulator aus ein besonderes programm erwartet auch kinder an bord der msc fantasia las vegas atmosphäre erwartet sie im bunt flimmernden casino das theater präsentiert ein wechselndes showprogramm mit internationalen künstlern das begeistert also ich freue mich wieder darauf den msc jachtclub das buchen einer jachtclub suite beinhaltet exklusive service leistungen und einrichtungen nur für clubmitglieder auf wiedersehen auf der msc fantasia sie erwartet sie mit so also wie gesagt falls jemand interesse hat mich zu kontaktieren dann kann er einfach sich bei mir melden die telefonung habe ich vorher schon mal durchgesagt das war's für heute wünsche euch einen schönen sonnigen tag und guten start in den herbst